Wir sind Kölner Touristen, wir machen Fotos von BullshitTV, die gerade drehen. Was drehen wir denn hier? Na, irgendein BullshitTV-Video. Er sucht Bösewichte? Ja, wir machen einfach Fotos. Der da oben filmt. Ey, cool, jetzt sind wir live bei einem Dreh dabei, das ist so cool. Wir drehen, wir machen quasi ein Making-of BullshitTV. Das ist so cool. Ja, das fahren wir dann als Making-of hoch. Das ist eine gute Idee. Ja. Jetzt müssen wir noch Nils finden.